In diesem Video hörst du die gemeinfrei Kalendergeschichte von Johann Peter Hebel mit dem Titel Unverhofftes Wiedersehen. Ja, moin moin, hier bei Arnold erklärt und Respekt, dass du schon wieder lernst. In diesem Video lese ich dir, wie gesagt, die Geschichte von Hebel vor, die laut Ernst Bloch, einem anderen Schriftsteller, eine der schönsten Geschichten der Welt ist. Das wollen wir doch mal überprüfen. Hör dir den Text zunächst genau an. Johann Peter Hebel Unverhofftes Wiedersehen In Falun in Schweden küßte vor guten fünfzig Jahren und mehr ein junger Bergmann seine junge, hübsche Braut und sagte zu ihr, Auf St. Lucia wird unsere Liebe von des Priesters Hand gesegnet. Dann sind wir Mann und Weib und bauen uns ein eigenes Nestlein. Und Friede und Liebe soll darin wohnen, sagte die schöne Braut mit holdem Lächeln. Denn du bist mein einziges und alles und ohne dich möchte ich lieber im Grab sein als an einem anderen Ort. Als sie aber vor St. Lucia, der Pfarrer, zum zweiten Male in der Kirche ausgerufen hatte, so nun jemand Hindernis wüsste anzuzeigen, warum diese Personen nicht möchten ehelich zusammenkommen, da meldete sich der Tod. Denn als der Jüngling den anderen Morgen in seiner schwarzen Bergmannskleidung an ihrem Haus vorbeiging, der Bergmann hat sein Totengleid immer an, da klopfte er zwar noch einmal an ihrem Fenster und sagte ihr, Guten Morgen, aber keinen guten Abend mehr. Er kam nimmer aus dem Bergwerk zurück und sie säumte vergeblich selbigen Morgen ein schwarzes Halstuch mit rotem Rand für ihn zum Hochzeittag. Sondern als er nimmer kam, legte sie es weg und weinte um ihn und vergaß ihn nie. Unterdessen wurde die Stadt Lissabon in Portugal durch ein Erdbeben zerstört und der Siebenjährige Krieg ging vorüber und der Kaiser Franz I. starb und der Jesuitenorden wurde aufgehoben und Polen geteilt und die Kaiserin Maria Theresa starb und der Strunensee wurde hingerichtet. Amerika wurde frei und die Vereinigte französische und spanische Macht konnte Gibraltar nicht erobern. Die Türken schlossen den General Stein in der Veteranerhöhle in Ungarn ein und der Kaiser Josef starb auch. Der König Gustav von Schweden eroberte russisch Finnland und die französische Revolution und der lange Krieg fing an und der Kaiser Leopold II. ging auch ins Grab. Napoleon eroberte Preußen und die Engländer bombardierten Kopenhagen und die Ackersleute säten und schnitten. Der Müller malte und die Schmiede hämmerten und die Bergleute gruben nach den Metalladern in ihrer unterirdischen Werkstatt. Als aber die Bergleute in Fallun im Jahre 1809 etwas vor oder nach Johannes zwischen zwei Schlachten eine Öffnung durchgraben wollten, Gute 300 Elen tief unter dem Boden gruben sie aus dem Schutt- und Vitriolwasser den Leichnam eines Jünglings heraus, der ganz mit Eisenvitriol durchdrungen, sonst aber unverwest und unverändert war. Also dass man seine Gesichtszüge und sein Alter noch völlig erkennen konnte, als wenn er vor einer Stunde gestorben oder ein wenig eingeschlafen wäre an der Arbeit. Als man ihn aber zu Tage ausgefördert hatte, Vater und Mutter, Gefreunde und Bekannte waren schon lange tot. Kein Mensch wollte den schlafenden Jüngling kennen oder etwas von seinem Unglück wissen, bis die ehemalige Verlobte des Bergmanns kam, der eines Tages auf die Schicht gegangen war und nimmer zurückkehrte. Grau und zusammengeschrumpft kam sie an einer Krücke an den Platz und erkannte ihren Bräutigam. Und mehr mit freudigem Entzücken als mit Schmerz sank sie auf die geliebte Leiche nieder. Und erst, als sie sich von einer langen, heftigen Bewegung des Gemüts erholt hatte. Es ist mein Verlobter, sagte sie endlich, um den ich 50 Jahre lang getrauert hatte und den mich Gott noch einmal sehen lässt vor meinem Ende. Acht Tage vor der Hochzeit ist er unter die Erde gegangen und nimmer heraufgekommen. Da wurden die Gemüter aller Umstehenden von Wehmut und Tränen ergriffen, als sie sahen die ehemalige Braut jetzt in der Gestalt des hingewelkten kraftlosen Alters und den Bräutigam noch in seiner jugendlichen Schöne. Und wie in ihrer Brust nach 50 Jahren die Flamme der jugendlichen Liebe noch einmal erwachte. Aber er öffnete den Mund nimmer zum Lächeln oder die Augen zum Wiedererkennen, wie sie ihn endlich von den Bergleuten in ihr Stüblein tragen ließ, als die Einzige, die ihm angehöre und ein Recht an ihn habe, bis sein Grab gerüstet sei auf dem Kirchhof. Den anderen Tag, als das Grab gerüstet war auf dem Kirchhof und ihn die Bergleute holten, schloss sie ein Kästlein auf, legte ihm das schwarzseidene Halsstuch mit rotem Streifen um und begleitete ihn als dann in ihrem Sonntagsgewand, als wenn es ihr Hochzeittag und nicht der Tag seiner Beerdigung wäre. Denn als man ihn auf dem Kirchhof ins Grab legte, sagte sie, schlaf nun wohl, noch einen Tag oder zehn im kühlen Hochzeitbett und lass dir die Zeit nicht lang werden. Ich habe nur noch wenig zu tun und komme bald und bald wird's wieder Tag. Was die Erde einmal wiedergegeben hat, wird sie zum zweiten Mal auch nicht behalten, sagte sie, als sie fortging und noch einmal umschaute. Jetzt kennst du also diese Geschichte, die Ernst Bloch so schön findet. Bearbeite im Unterricht folgende Aufgaben. Gib den Text zunächst in eigenen Worten wieder. Positioniere dich im Kassenraum auf einer Meinungslinie zwischen folgenden beiden Aussagen. Das ist eine wirklich schöne Geschichte und schön finde ich sie nicht. Begründe deinen Standpunkt. Anschließend ist es wichtig, dass ihr den Text nochmals lest und unbekannte Begriffe im Klassenverbund klärt. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Erfolg.